Das ist der erste Probe. Das Geläuf ist tief und schwierig zu bespielen. Er muss sich etwas einfallen lassen. Im Vergleich zum 0 zu 3 unter der Woche. Damit es auf diesem Rasen erfolgreicher läuft als in Chemnitz. Dauerregen passt auch zur tabellarischen Situation. Meppen ganz unten drin. Wir haben sie orange mal eingefärbt. Nicht mit dabei Gorzel, Sorge, Knesevic, Thiel und Besong. Rechts hinten wurde ordentlich geändert. Sowohl auf der 6. Position Schikora und Schreck kommen hinein. Sie Jaric über die rechte Seite. Stefaniak sein Konter auf der linken. Erst einmal ein Gruß an diese Fans. 573 km von Aue nach Meppen. Das ist aller Ehren wert. Sie Jaric, der neue Mann, direkt im Vorwärtsgang. Dort sucht Jonyic. Meppen kann sich befreien. Und Aue versucht, früh drauf zu gehen. Das hat natürlich den Nachteil, dass es Lücken gibt in der Defensive. Fassbender nimmt den Kopf hoch. Aber Klasse dann noch gerettet von Barilla. Der den Ball zur Ecke klären kann. Gute Grätsche zur richtigen Zeit. Genießen Sie noch mal das Bild der weißen Leibchen. Das wird nämlich, wir haben die Platzverhältnisse gesehen, nicht mehr allzu lange so bleiben. Die anschließende Ecke. Ein Fall für Ole Köiper. Der zunächst noch mal ein bisschen aufräumen muss. Und dann kommt Fassbender fast an den Ball. Der hoch aufgewachsene Rechtsaußenmann, der sehr viel Betrieb verursachte in den ersten Minuten. Aber hier ein Stückchen zu klein war. Fünf Minuten später. Der guter Pass von Stefaniak auf Sam Schreck. 1-0 für Aue. Alles richtig gemacht nach fünf Minuten. Und Sam Schreck sorgt für die frühe Führung. Wir erinnern uns, im Pokal nach 28 Sekunden lag man zurück. Jetzt nach fünf Minuten in Front. Und da macht Schreck einfach mal alles richtig nach dem sehr, sehr guten Pass von Marvin Stefaniak. Hier sehen wir es noch einmal genau in die Schnittstelle. Und dann das Kreuzen von Schreck. Natürlich darf die Verteidigung um Soares und Köiper dort nicht das Foul riskieren. Sonst hätte es einen Elfmeter gegeben. Und so hat Schreck die freie Bahn und die Ruhe, den Ball vorbeizulegen an Domaschke. Zum 1-0. Auftakt nach Maas. Wie reagiert der SV Meppen? Wieder mit einer Standardsituation. Wieder mit dem aufräumenden Köiper. Dombrovka zurück zu Köiper. Flanke ins Zentrum. Und schon wieder liegt der Ball im Netz. Todplatz. Montag nach 8 Minuten. Und nach 8 Minuten heißt es Ausgleich. gab es 1-1. Tobias Graulich. Gestern er Geburtstag gefeiert. Heute er sich mit Saisontreffer Nummer eins selbst belohnt. Es ist nicht so gut zu erkennen, wann und wo er dran war. Aber hier sehen wir es im Zentrum mit dem Kopf. Ja, steckte ihn in die lange Ecke. Nicht zu parieren für Martin Menne. Alles wieder auf Anfang. Torschütze Sam Schreck. Nach einer Viertelstunde. Nasarov. Außenverteidiger Rosenlöcher. Und dann über die Seite. Mit Stefan Diak. Wieder zu Rosenlöcher. Und Antonio Janjic schnett zappelt. Ball aber fliegt vorbei. Domaschke wäre wohl auch im bedrohten Eck gewesen. Aber wichtig für den FC Erzgebirge, dass sie direkt eine Reaktion zeigen. Nach dem Ausgleichstreffer sich nicht verstecken, sondern selbst wieder die Initiative ergreifen. Meppen zuletzt ja auch schwach unterwegs in der Liga. Der letzte Sieg resultiert aus dem Februar gegen 1860 München. Aber die Gastgeber, sie kommen etwas besser. Die Gäste aus dem Erzgebirge in die eigene Hälfte. Die Gäste aus dem Erzgebirge in die eigene Hälfte. Blacher ist das. Raus zu Fassbender. Wie gesagt umtriebig. Und dann Borger. Mit einer entscheidenden Grätsche. Bevor der Ball richtig gefährlich durch den 5-Meter-Draum durchfliegen kann. Zunächst die Schussposition für Blacher zugestellt. Aber dann Morgan Fassbender. Der sich stark auf dem Flügel behaupten kann. Gut 20 Minuten rum. Sonne kommt mal raus. Und Ole Käuper. Wieder. Wen sucht er dieses Mal? Wieder die einlaufenden Defensivmänner. Fassbender macht den Ball noch mal scharf. Männl mit einer Faust. Und dann kann sich Aue rustikal befreien. Kein Wille, keine Leidenschaft, kein Support. Der Ultrablock. Er ist leer. Die aktive Fanszene. Und der Verein sind sich aktuell nicht ganz grün. Deswegen ist es in der Hensch Arena auch nicht so stimmungsgewaltig, wie man das aus dem Norden durchaus kennt. Fassbender. Viel geht über ihn. Rund 30 Minuten sind gespielt. Handspiel wird reklamiert. Nazarov macht den Ball dann aber selber scharf für Meppen. Und dann versucht es Poirier artistisch mit der Hacke. Szene abgebrochen. Da auf V-Spiel entschieden. Aber wenn Poirier den Pass ins Zentrum mit der Hacke erwischt, dann wird es für Aue richtig gefährlich. Der Trainer des Jahrhunderts von Arminia Bielefeld hat noch nicht den gewünschten Erfolg mit nach Meppen bringen können. Bislang gab es noch keinen Sieg. Ein erstaunliches Remy gegen Elversberg. Gegen den Tabellenersten. Ansonsten aber nur Pleiten. Deswegen steht Meppen ja auch ganz unten drin. Aber zum Ende des ersten Durchgangs machen sie noch mal Betrieb und holen sich einen Freistoß. Oli Mäpfer ist das besser. Oli Mäpfer ist das besser. Meppen gegen Maoczak. Gegen Blacher. Hält den Meppner. Und Ole Kuiper schaut und guckt noch mal. Bei Standards Meppen immer wieder gefährlich. So auch diesmal aber. So kann man Martin Männel in dem aufgeweichten 5-Meter-Raum nicht überwinden. Behält die Übersicht. Trotz Vollversammlung. Noch ist nicht Schluss. Der Fassbender ist in den Durchgang Nummer 1. Auch der FC Herzgebirge darf noch mal kommen. Spielen können sie ja. Die Flanke ist dann ein ziemlicher Kürbel. Kein Problem für Erik Domaschke. Nasarov hat wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht. Vielleicht macht es auf der anderen Seite Fassbender ein bisschen besser. Dombrovka ist allein im 60-Meter-Raum. Max Dombrovka. Und da hat Aue Glück. Das ist bei Dombrovka ein bisschen zu viel Rücklage. Und nicht allzu glorreiche Platzverhältnisse dafür sorgen, dass der Ball recht schnell aus dem Bildausschnitt rausfliegt. Noch aber sind ein paar Sekunden auf der Uhr. Und die will Meppen gerne nutzen. Aue steht hinten drin. Sie sehen es. Sie kreiselt dort auch kurz vor der Mitte. Als Offensivster. Jetzt allerdings können sie da noch mal ausschweren. Nasarov links geht Stefaniak. No look geht rüber. Und da ist jetzt mal ein bisschen Platz. Marvin Stefaniak. Richtung Jonjic. Aus 8 Metern ärgert er sich natürlich. Der Fünf-Tore-Mann. Dass er diesen Ball nicht auf den Kasten bekommt. Und so versandet auch diese Aktion. 60 Sekunden vor dem Seitenwechsel. Der Schiedsrichter hat Spaß an der Partie. Und Aue versucht es zu nutzen. Meppen mit zögerlichem Anlaufverhalten. Der Schiedsrichter hat Spaß gemacht. 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 Und dann schaut der Schiedsrichter auf die Uhr. Und denkt sich wohl auch, die Jungs sind ausgepumpt. Die brauchen erst mal einen Pausentee. Dann pfeife ich eben zur Halbzeit. Zaghafte Applaus von den Rängen. 1 zu 1. Sehr, sehr unterhaltsame Anfangsminuten. Da mussten beide Keeper, auch Martin Mennel, einmal hinter sich greifen. Und dann wurde es etwas schwächer. Rein ins Durchgang Nummer 2. Und Aue zeigt direkt mal an, wo es lang gehen soll. Rosenlöcher dann aber mit einem ziemlich harten Einsteigen gegen Ole Kuiper. Schiedsrichter winkt das Personal, das medizinische zu sich. Und Ole Kuiper muss nach dieser Aktion leider das Spielfeld verlassen. Hat sich nicht nur wehgetan, sondern auch verletzt. Hier sehen wir es. Dick bandagiert wird vom Platz geleitet. Und für ihn kommt einer, den Sie möglicherweise kennen. In der Spielzeit 16, 17 schnürte er die Stiefel für den FC Erzgebirge. Mirniz Pepic aus Montenegros Handballhochburg. Potgorica. Jetzt auf dem Rasen. Aber zunächst einmal wieder der FC Erzgebirge. mit einem Schüsschen. Von David Stefaniak. Tunnelt dort Dombrovka. Aber am Ende hat Erik Domaschke keine Probleme, den Ball zu parieren. Denn er war nicht nur getunnelt, sondern auch noch gebremst. Und er flog dann recht zentral auf den Kasten. Auf der anderen Seite. Majeczak. Und es gibt eine Ecke für den SV Meppen. Jansen eingewechselt. Kann dort gerade noch so am Torschuss gehindert werden. Kuiper nicht mehr mit dabei. Für ihn Pepic auf dem Rasen. Und Pepic übernimmt dann auch die Standardsituationen. Fassbender. Und ein Aufschrei geht durch die Hensch Arena. Handspiel reklamiert. Von Erik Majeczak. Schauen wir noch mal hin. Hier kann man es nur erahnen, dass irgendwo der Arm ja angewachsen ist. Kurze Distanz angelegt. Und auch wenn in diesen Zeiten man schon komische Pfiffe gehört hat, liegenübergreifend ist es vollkommen in Ordnung, dass man hier weiterspielen lässt. Nächste Ecke wieder. Pepic. Und da sehen Sie mal die Verunsicherung im Strafraum der Erzgebirger. Majeczak vor Menel. Kein Gegner weit und breit. Aber da stimmt dann die Abstimmung nicht mehr hundertprozentig. Menel hätte locker aufnehmen können. Majeczak geht, wenn man so möchte, auf Nummer sicher. Und klärt vor dem Schluss. Wann kommt mal wieder was von den Gästen? Wann kommt mal wieder was vom FC Erzgebirge? Stefaniak Richtung Jonjic. Jonjic. Domaschke ist da. Aber Siaric schiebt ein. Zum 2 zu 1 für Aue. Ein bisschen aus heiterem Himmel für die Mannschaft von Pavel Dotschev. Domaschke am Boden. Interessiert die Spieler zunächst einmal nicht. Die feiern ihren Torschützen. Oma Siaric, 21 Jahre jung, zweiter Saisontreffer. Er traf gegen Mannheim. Endstand genau. 2 zu 1. Das wäre etwas, was sich die Fans sicherlich auch für heute wünschen würden. Dafür gilt es jetzt noch, 25 Minuten zu verteidigen. Und bei Eric Domaschke wird es weitergehen. Nach dem Zusammenprall mit Antonio Jonjic. Aber Yannick Ossé, der hat da nicht gut ausgesehen im Defensivverbund. Wie reagiert Meppen? Fassbender. Speerenstark. Und Marvin Poirier, 7 Tore hat er schon. In seinen Glanzzeiten hätte er solch einen Kopfball sicherlich. Zielgerichteter auf den Kasten bekommen. So war es für Menne letztlich kein großes Problem. Gut 10 Minuten noch. Meppen versucht viel. Und kommt mit neuem Personal. Junior Kornet eingewechselt. Ist ein kleiner Zocker. Übersteiger. Bei den Flanken muss er noch ein bisschen trainieren. Aber Fassbender setzt nach. Und hält den Ball im Spiel. Raus. Hoch und weit. Klappt nicht so ganz. David Blacher Richtung Jansen. Pepic. Ausgleich. Aue bekommt den Ball nicht raus aus der Gefahrenzone. Und der Exauer schiebt ein zum 2 zu 2. Hatte lange mit Kniebeschwerden zuschauen müssen. Jetzt ist er wieder fit. Und jetzt trifft er. Und zeigt auch direkt an. Auf geht es zur Mittellinie. Wir haben noch ein paar Minuten. Wir haben noch ein paar Minuten. Das 2 zu 2 ist nicht genug. Aber das Abwehrverhalten des FC Erzgebirge. Darüber wird zu reden sein. Sicherlich in der Analyse. Man hätte im Vorfeld schon den Ball deutlicher klären müssen. Jetzt vielleicht mal im Ballbesitz. Nazarov. Bekommt dort aber keine Unterstützung. Und Meppen schiebt drauf. Und holt sich den Ball. Gutes Pressingverhalten der Gastgeber. Blacher ist das. Vorteil laufen lassen. Pepic. Fassbender. Fast an jeder offensiven Aktion beteiligt. Doppelpass mit Pepic. Und der eingewechselte Jansen. Manne. Manne im bedrohten Eck. Aber wir werden sehen, dass ein Auer Einwechselspieler geklärt hat. Für Schlussmann Manne. Niko Gorzel. Meppen drauf und dran das Spiel zu drehen. Nur Zwickau hat weniger Treffer erzielt in Durchgang Nummer 2 als Meppen. Aber jetzt sind sie stärker. Hier sehen wir es. der die Stiefel an der richtigen Stelle hat. 87 Minuten gespielt. Kaum noch Entlastung von den Gästen. Die den nächsten Ball verlieren. Im Mittelfeld in der Vorwärtsbewegung. Das gibt Platz für Mirnis Pepic. Wer nimmt da mit? Zunächst einmal gar niemanden. Aber die Ballverluste des FC Erzgebirge Hanebüchen. Und da ist Jansen. Der legt rüber zu Marvin Pouret. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Dreht Meppen die Partie. Und Pouret freut sich über Saisontreffer Nummer 8. Und auch hier muss man sagen, Aue hätte es früher klären müssen. Pouret Meppen. Die Pouten der Stuttgart und Jansen. Luth Meppen. Zu häufig ein immer wieder in Ballbesitz zu kommen. Und Ernst Middendorff. Er ist nah dran an seinem ersten 3-fachen Punktgewinn mit seinem neuen Klub. Das ist der erste Mal, dass er das erste Mal trifft. Das ist der erste Mal, dass er das erste Mal trifft. Aber dem ist das vollkommen egal. Das lässt sich nicht beirren. Der nur noch einstecken muss zur Führung für die Gastgeber. Nachspielzeit. Alles wird noch mal nach vorne geworfen. Rosenlöcher, der Außenverteidiger. Auch Martin Mendel vorne mit dabei. Wäre nicht das erste Mal, dass er trifft. Aber statt eines Treffers gibt es nur den Freistoß für Meppen. Da lassen sich die Gastgeber natürlich jetzt sehr viel Zeit. Mendel in der Nähe. Mehr aber auch nicht. Dann gibt es rhythmisches Klatschen. Und Freude bei den Gastgebern. Erz Middorf freut sich über seinen ersten Sieg. Und Pavel Deutschow muss die dritte Niederlage am Stück verkraften. Das war die dritte Niederlage am Stück.